Wie soll man sich denn hier noch als Mann fühlen, wenn man nur noch mit kurzem, mit Farb einmal rumrennen muss und Geschwister weitergeht, ziehe ich einen Rock an und kaufe mich um in Horstin zu. Die Hauptsache ist, meine Frau macht gleich. Ja Mädchen, muss man ja frühzeitig lernen, wie man dem Chef den Kaffee serviert und hat mir einen Glatz auf den Hintern gegeben. Was? Da habe ich ihm eine gekriegt. Sag mal, wie lange kennen wir zwei uns jetzt eigentlich schon? So ein Betriebsfest bringt uns alle wieder zusammen, gell? Sie kennen das mit Betriebsfest? Das ist ja nötig gewesen, einmal im Jahr. Hey Magaretsche, hier bin ich Mensch, fast beschlappert, hier darf ich sein. Ja, Ruf, Ruf habe ich gesagt, ich bin doch nicht im Fernsehen oder die Clementine aus der Abelwärmung. Ordnung muss sein. Mein Puzzilein, Sie verdienen ja viel weniger als ich immer vermutet habe. Ich habe ja soo für Sie geschwärmt. Aber Magarete, du hast ja vollkommen recht. Und ich glaub, mir wird schlecht. Und ich glaub, mir wird schlecht. Ich schieße dir ganz recht, du alter Tyrann. Oh! Ach! Ach! One by Capri, die rone Sonne, die Märkmäer sieben. So laut! Ach, das ist ja doch mal eine... Hei Grude! Hei Grude! Sind Sie jetzt der Busse, der Chef von der Bank da? Das bin ich. Darf ich mich setzen? Ja, aber heute wird gefeiert. Ja, ihr Frau war auch. Und hat niemandem was getan. Schatz, dass er in Parkside rumtrampelt und rumkreischt, weil er sich hocharbeiten will. Ich mach erst mal Pause, da alles sauber, ich werde was mit mir gegeben haben. Was machen Sie hier? Oh, ich nicht. Sie haben nichts. Ja, wieso sind Sie hier, wenn Sie nichts machen? Das ist mein Büro. Ich mach krass, das ist gut. Ja, fertig mit der Arbeit. Sie sind eigentlich, dass ich hier drauf spiele. Ich, ein Kubus. Erste Frage. Was ist ein Kontokorrent-Kredit? Ach, solche Fragen haben Sie. Ja. Kontokorrent. Kontokorrent? Kontokorrent rennt. Das liegt doch in dem Wort. Der rennt davon. Was? Was? Ja, stell sie mich jetzt so an. Sie hat mich eingeladen. Sie will echt was ganz besonderes feiern. Ja, feiern? Die Dorothee, davon mach ich überhaupt nichts. Was? Sie wissen nichts? Das ist aber seltsam. Ja, was will sie denn dann feiern? Moin, wie ist das? Moin, wie ist das? Äh, ist das gemacht ihr? Ne, warte mal. Der, der ist erst in zwei Monaten. Warte mal, vielleicht ihren Hochzeitstag? Dann wird ein Hochzeitstag im Leben nicht unmöglich. Und plötzlich macht es RUNDER! Na ich bin doch so, ich dachte, sich genau vor die Füße gefallen. Seid doch froh, dass er Ihnen nicht auf den Kopf geknallt ist. Eingeladen? Ja, Dorothee will etwas feiern. Ja, sag mal, weißt du denn, was los ist? Ja, Dorothee hat wirklich einen Anlass zu feiern. Ja, genau so. Ich hab gehört, Sie sind in anderen Umständen. Das wäre besser gewesen, wenn Sie auf meinem Text verhandeln. Vielen Dank, das ist also hochfeierend.